Baukultur setzt Akzente. Räume aus originalhistorischen Baustoffen gestaltet, inspirieren die Fantasie. Hier entdecken sie alles. Von Möbeln und Geschirr aus Großmutters Zeiten, über Bücher und Heimatgeschichtliches bis hin zu kuriosen Nippes. Auf unserer großen Baustoffbörse finden Bauherren denkmalgeschützte Häuser, historische Baustoffe und Teile, fachgerecht geborgen und mit Sachverstand gelagert. Patiner, die durch nichts zu ersetzen ist. Baustoffbörse, Antik- und Rödelmarkt, Frankenhof 3 in Luckenwalde. Unglaublich, was sich hier auf 1500 Quadratmetern verbirgt und Geschichten automatisch mit Geschichte verbindet.